Kühler kommt wieder links hoch, linke Rampe. Also links vorne. Ich dachte es war hinten. Das ist offen, Repex. Okay, ja. Das ist auch too close. Das Tor, wer macht das auf? Ich. Da werden nur die ganzen Farm-Dudes sitzen. Wenn das, gehst du mal hin mit einem Rock-Longer und zwei Schuss und vielleicht kannst du ja töten. Naja, die ganzen Farm-Dudes sind ja dann nicht tot. Lauf, lauf einfach, Faro. Ja, genau. Bätet ihn einfach in die Turtles rein. Bitte geh jetzt nicht mehr auf den Stein hoch, Phoenix. Ich hab dich grad abgeschossen. Denn du warst es. Ich hab's gesagt, das war ich. Ja, ich hab schon zehnmal gesagt, ihr sollt da vorne nicht rumrennen. Nee, ich geh nicht auf den Stein. Renn nicht rum. Ich seh deinen Namen nicht. Wenn du jetzt mit jemandem fightest, seh ich deinen Namen nicht von der Empfehlung. Der Käfig ist viel zu weit vorne, Phoenix. Hey, aber ist Fritzi nicht vorhin die Turtles gelaufen, nachdem du ihn mit dem Käfig bewertet wurdest? Ja, das war hier vorne. Ich setze die Käfige hier um. Achso, ne. Ja, wir können auch ein Stückchen weiter vorne setzen. Ne, ne, das passt schon so. Bleibt mal bitte so, wenn's geht, dass ihr wirklich in Sicht range von uns, weil... Ein Hit verteilt. Es ist super nervig, wenn man immer nicht schießen kann, weil man nicht auf euch schießen will. Seht ihr meinen Namen oder nicht? Also Phoenix und zwar, wir sehen euch. So sieht man euch noch, ja. Aber ob ihr weiter nach vorne darf, Phoenix halt nicht. Der im Käfig bin immer ich. Ja, das ist auch klar mittlerweile. Ja, aber weil du nicht im Käfig bist. Also ich reiß hier unten gerade Fritzi's Storage Box ab und ich hab so eine Schlafsäcke schon zerstört. Nice. Die haben nur ihr Zeug, glaub ich, alle ein bisschen woanders platziert. Ja, ist ja auch kein Team, das sind alles Einzelspiele anscheinend. Bei der hintersten Foundation liegt einer. Treffen nicht. Ja, okay. Jetzt bin ich doch hier unten noch gestorben, also ich hab ihm seinen Dings nicht kaputt gehauen, aber... Treffen nicht. Ja, er hat von mir eine Spitzhack und Parashutes gekriegt. Ah, ich sag mal, hast's abgelenkt. Jo. Treffen halt nicht. Wo liegt der denn? Bei der aller hintersten Foundation. Jetzt rechts, jetzt rechts. Läuft er hoch. Läuft er zu der rechten Foundation. Da oben auch noch mal viel mehr Foundations hinsetzen, weil wenn die da eine weghauen und dann eine Raid Base mit Kanone, dann können die hier easy peasy auf unsere Base schießen. Oh, Headshot. Wo war der? Heiß. Hinter der Foundation. Ja, das Problem ist, den können wir nicht looten, weil der rechts hinter der Foundation noch einer ist. Okay, ich geh den baiten, du holst den. Ja, kannst du knicken. Echt? Gravel, gravel ihn. Komm, lass den da zusammen graveln, okay? Ich hab keine Grafen überhaupt dabei. Hier, Rapix, ich droppe mal alles Wichtige, was ich habe. Okay, renn, renn, renn durch. Ich kann nicht mit der Rückendeckung. Du musst mit der Rückendeckung gehen. Du musst mit der Rückendeckung gehen. Ja, ich pack das in Walden, also ich brauche das. Oh, schade, egal. Und ich hol's mir gleich da. Ja, ich hab halt keinen Bock, dass man meine Leiche umgelegt packt, wenn ich sterbe, irgendwie. Egal. Faro, komm weiter zurück. Ren durch. Nein, komm weiter zurück wieder. Den Loot, wir können die ja nicht looten. Jetzt können die knicken. Den kriegen die nicht. Ah, okay. Oh, Leute. Oh, Rocket Launcher. Oh, Rocket Launcher. Passt halt auf Rocket Launcher auf, ne? Also die. Wir schießen halt aber schon. Man kann das nicht so. Ich hab jetzt da. Rocket Launcher, Tom. Ah, daneben geschossen. Ich hab's. Ich hab's. Alle, ich stand erst fünf Sekunden davor und hab gedacht, greife ich jetzt drauf zu oder nicht? Also ich hätte schon längst weg sein können. Ähm, war das jetzt dein Star? Der, der da läuft, ist... Nein, das war der, der da läuft. Ah, lol. Ja, ist auch meine Beute dann. Ich hab grad einen mit dem Headshot erledigt. Du kannst dich abholen hier, ne? Prototype. Einen mit dem Headshot erledigt. Phönix. Hä? Phönix? Hast du Phönix mit dem Headshot erledigt? Nein. Nein, Shadow. Nice. Oh, der hatte fünf Raketen mit. Nice. Hat er auch einen Rocket Launcher gehabt? Ey, ich seh die mich in dem Cage recht vorne. Ich glaube, der darf keinen Rocket Launcher haben. Ja, der hat Ehrlichkeit so irgendwie. Das Ding ist halt... Ich wette, Jinichi hat ihn jetzt geflamed, weil er die Raketen verloren hat. Denk ich auch, ja. Das ist echt so. Ich lauf dann nach vorne. Ich denke, es wird jetzt die Anschuldigung kommen, dass alles gefailed ist, weil man seinen Plan nicht ausgeführt hat. Äh... Ich hab dein Zeug, ja. Perfekt, ich komm hoch und muss nur da. Ja, ja. Ey, es sind keine Thylas mehr da, nur so, by the way. Also ich bin der, der hier vorne rum springt. Der hat doch noch schönen Schuss gehabt, dann wir dafür. Ey, Leute, aber hat der keinen Helm gehabt? Wie konntest du ihn one shoten? Ey, der Typ schwimmt wieder nach Hause, der eine Thylakollege. Doch, der hatte noch einen Helm. Keine Ahnung, ich hab den gewone shoten. Hat der 100 Leben oder was? Ja, ich könnt wetten, dass es Leute bei denen gibt, die nur Speed und Raid haben, dass wir den anderen das farmen können. Du hast ihm 205 Damage gemacht. Mit dem Headshot. Ja, vielleicht hatte der Rüstung an, aber hatte schon. Ja, oder nur Genechi und Fritzi dürfen Flak anziehen. Ey, ich seh den Thylas. Ich seh den Thylas. Die sind jetzt unter dem Sumpf. Die Thylas sind unter dem Sumpf. Die Thylas sind unter dem Sumpf. Ja, da kommen wir dazu rein. Wie viel Muni? Ich geb dir immer die Hälfte. Ja, ich hab schon 18 Schuss von dem. Alter Schwede. Ich wurde geguckt. Ja, noch irgendwas Fleisch. Wie weit vorne bist du, Phoenix? Ganz vorne. Rechte Rampe. Äh, linke Rampe. Wo ziehen die dich hin? Oder was wolltest du? Das ist Fritzis. Bowler ihn einfach, Bowler ihn. Ja, versuch ich. Wo seid ihr denn, Phoenix? Ich bin linke Insel. Ich weiß nicht, was der Fort ist. Ich versuch die Hinleg-Praktik von Icarus. Ja, du hattest keinen Rocket Launcher, ne? Nee. Gut, dann ich geh wieder nach Hause. Nice. Jetzt umknüppeln oder der befreit sich selbst. Der rennt da von uns da vorne bei den Käfigen. Lass mal nicht, lass mal nicht. Wo ist Phoenix links oder was? Ja, knüppel den. Nee, ich kann ihn nicht knüppeln, ich lauf wieder zurück. Ja, dann lass mal runter snipen. Ich komm wieder hoch. Wo ist denn der da unten? Bei der Storage Box oder was? Ja, ungefähr. Ich komm wieder hoch. Alter, so geil. Okay, nice Phoenix. Sehr gut. Ja, nicer Shit. Daniel. Ei ist in die, easy reingekommen. Ja, Tylers komm wieder hoch. Tom. Oder wer ist das? Das ist Ghost? Ich bin Ghost. Alter, vielleicht? Äh, Tom zurück. Ja, oder so. Ah Shit. Der kann... Ach lol, was machst du mit dem Rocket? Das soll sich mal verpissen. Ah, ich renne nach Hause. Ja, rennt einfach, rennt einfach. Der muss jetzt Kurven laufen wegen Rockets und dann kann er nicht so... Oh, der hat einfach ein Rocket-Down-Shop. Ich würde auch mal gut. Ich würde auch mal gut. Die Rocket war aber nicht schlecht geämmt, das muss man ihm lassen. Was auch? Ja, die trifft nicht. Genau, es snapt ihn einfach. Oh. Irgendwann hat sein Vieh kein Leben mehr. Ich meine, er kann zwar minimal force feeden, aber... Der Phoenix sollt sein. Ah, ich hab jetzt leider zwei Rockets. Ja, der Phoenix, also der... Kate schützt sich aber nicht vor Raketen, ne? Das weiß ich nicht. Also ich... Das wär's ja. Ey, man weiß ja nicht auch, dass das Ding bricht und er dann deswegen keinen Schaden kriegt dadurch. Das könnte halt echt sein, ich will's jetzt nicht ausprobieren, aber... Den Loot, den du... Den Loot, den du bekommen hast, bitte in die S-Plus-Station neben dem Tor machen grad. Den Loot? Ja, er hat ihn ja nicht gekillt, er hat sich... Ich hab ihn ja nicht töten können und wenn der war nackt, der war nackt und dann hat er nur... Ach so! Ah, okay. Ich hab's nicht mehr... Ich mein, wenn du Fritzi mit ner Bola hast mitten im Wald, der grabt sich an den Baum und ist weg. Er läuft da vorne? Ja, das ist locker der Grappling, auch Spaß. Jetzt ist fritzi. Matti ist halt auch noch da, ne? Ist tot? Ja, nice. Hab ihn auch getroffen. Nice. Mit was hast du auf den geschossen? Er hat halt nix mehr bei ihm. Zweifel. Zweifel. Der gehört da vorne hoch. Ben Phönix. Der trifft mich, der ist schlecht. Ah, das ist... Hinter dem Foundation ganz links. Leute, Hauptsache ihr schießt auf den, das ist eigentlich auch egal. Selbst wenn ihr nur den Thüler trefft. Das ist alles HP, was der wieder vollrecken muss. Vielleicht lass mich in meinen Cage, danke. Da rechts Thüler. Links von der rechten Foundation. Mein Long Neck ist einfach putsch. Ah, ist der Long Neck? Ja, noch genug. Aber bitte die Kaputte nicht da, wo die ganzen Reiten drin sind, ne? Die Kaputte in die Werkbäume, da kannst du ja gleich dabei werden. Ja, cool. Hey, ich hab mich halt gefragt, was Fritzi so vorhat. Weil ich mein, was will er machen mit mir an der Grab? Ja, das konnte er nicht, die waren übel zu weit weg. Er hatte keine Chance. Ja, wie stets du? Alter, es ist unglaublich. Die Jungs, die haben einfach keine Hobbys. Aber ich hab ja gesagt, das ist genau was ich sagte mit den Graffling Hooks. Dass das kommen wird. Ja, naja. Aber die stehen in fastem Sniper-Range und schießen mit Graffling Hooks. In welchem Schrank ist Muni? Ah, fuck. Ja, in dem ersten neben dem Tor. Wenn da keiner mit drin ist, muss ich mal neue Graffling gacken. Geschossen. Hila. 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 Der Foundation ist noch ein Sniper, Leute. Das stecke ich jetzt erst. Hört, Leute. Jo. So. Hä? Hat der da vorne wen oder was gegrabt? Ach, der hat wahrscheinlich 50 Reiche gegrabt, ne? Ja. Ja, toll, da hat er jetzt noch einen Spektator. Da kommt ja ein Spektator. Ja, ja, mach ich. Ich join schon, aber ich muss kurz mal... Dings, wo der Foundation sitzt, liegt... Äh, warum soll ich denn ein Spektator kommen? Alter. Ja, hier geht endlich was ab. Äh, warum soll ich ein Spektator kommen? Ja, weil du Spektator bist. Ja. Alle Ghosts. Irgendwann aber was Spannendes zum Zuschauen hast. Hä, wo? Ja, bei uns vor der Boze. Bei uns vor der Boze. Von wem werdet ihr angegriffen? Ja, wer wohl? Schwalb-Name. Ja. Ja, okay, dann seid ihr wahrscheinlich gleich weg. Aber, also bitte, bitte nicht irgendwas sagen. Ja, genau, weil das wahrscheinlich seid ihr gleich weg. Mute dich einfach. Naja, scheiß. Und zum Beispiel, wahrscheinlich seid ihr gleich weg. Ja, ne? Also bis jetzt haben wir wieder nur gegeben. Wir haben so nichts gerissen. Eigentlich bist du gleich kein Spektator mehr. Passt schon. Okay. Warte, ich möchte mich einfach. Okay, perfekt. Alter. Hat jemand mein Cage aufgemacht? Nee. Ah man, ich treff grad nicht. Also ich hab gestern erfahren, die ganze Zeit... Ich mach meinen Cage schon jetzt mal wieder. Als ich gestern Samtula Coleo kam, hatte der 2500 Leben. Der würde ihn jetzt noch ein bisschen gelevelt haben. Und ich nehme an, der hat zu 4000 Leben. Ja. Ich habe auch erfahren, dass gestern Gathos scheiß Rex noch 100 HP hatte. Wir hätten den noch zweimal treffen müssen. Ja. Einer hinter dem großen Stein. Ja. Der wird's halt nicht grab den, über der Rocket, und dann drop die Cage. Bin ich eigentlich in dem hinteren Cage hier in Turret Range? Ja. Ja, bei dem bist du ja. Ja, bei dem bist du ja. Nice. Der hinter ist ja mal übelgeil. Alter, das ist der Cage des Grauens, Alter. Ist zwar ein bisschen Bug-using, aber YOLO. Ghost, man kann ja reinschießen, nur die dürfen halt, die müssen halt, die dürfen halt keinen so einen Gitterstab treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. So, ah, okay. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich groß, dass sie doch treffen, weil ihr euch hier nicht bewegt. Ja, schon, aber die schießen halt die Gitterstäbe schon immer die ganzen Gitterstäbe an. Ja, wo sind die her? Vor allem die Gitterstäbe werden auf die Entfernung, glaube ich, auch noch nicht mal richtig gerendert. Das könnte sein, ja. Wollen wir gerade, wenn wir können, einen Part C4 machen? Und zu den Goals, die es geht. Ja, oben auf den, ja, pass auf, oben drauf, der hat sich runtergegrappelt, der hat einen Fehler gemacht. Hat nüt. Kaum machen wir bei uns irgendeinen falschen Move, Fehler kriegt man Schüsse, die bleibt dann, finde ich gut. Naja, ich glaube, das war eher so ein Fuß oder so. Vor allem, warum jetzt noch warten? Warum mit ihren Walk-Columns warten? Ich verstehe es nicht. Wenn sie einen bleiben wollen, dann wollen sie es machen. Raiden, die dürfen nur eine Stunde, ne? Ja, stimmt. Wie sieht denn die Abstimmung aus? Kann mir das jemand sagen? Ist noch wer da von denen? Ne. Deswegen mein hinterleinen Käfig. Oh Leute, ist das dumm. Warte, ich komme noch kurz nach. Wurdest du gerade im Cage getroffen? Nein, ich war neben dem Cage. Du hast keine Prostbeam. Ja, ne, die meisten Votes sind immer noch bis Dingens. Die meisten Votes sind, also 56% sind bis 2 Uhr. Mit dem Käfig ist vielleicht doch gar nicht so dumm. Ja, aber Raid-Schutz bleibt dann trotzdem. Weil die, die nicht länger onbleiben können, kannst du das einfach abstimmen lassen. Also man darf wirklich nur eine Stunde raiden? Ja. Doch eine Stunde, bis 22 Uhr dann. Also wenn die eine Stunde hier waren, dann dürfen sie nicht mehr. Nein. Dann haben die Raid-Schutz. Nee, nee, aber also, ähm, es ist ja eigentlich, normalerweise wäre er heute bis 23 Uhr durch. Und sie dürfen halt nur bis eine Stunde vor Ende raiden. Das Ding ist halt nur, jetzt wurde ja abgestimmt, dass heute länger gemacht wird. Du musst ganz vorne im Cage stehen, Ghost. Und dann musst du nach hinten laufen, nachdem du geschossen hast. Weil dann können sie dich gar nicht treffen. Ist mir aufgefallen. Das Ding ist halt, Long-Nagg-Armour kostet uns einen Scheiß und... Naja, also, ich kann jetzt 300 Schuss aus 1.500 Schießpulvergrad machen, also... Und die gehen halt auch weg, wie war Mr. Melee-Schuss, ne? Darf man hier nur schätzen. Die haben bestimmt schon einen Typ-League-Schuss, Nusser. Ich geh jetzt auf den Stein. Also alles, was halt nur weh ist, aber... Nee, 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 Fenix ist doof. Da kommt die Kühler. Wenn die Fähigkeit, also wenn, wenn es weg ist, also wenn... Es war mit Grapp jetzt auf dich geschossen, Fenix, lass es. Ich geh runter, mit Grapp ging, guck und Spitzhack und farm ein paar Steine und mach. Ja, genau. Das ist wirklich gut. Ja, also, das könnten wir eh in der Zeit jetzt schon machen, dass wir gerade unten oder hinter unserer Base oder so nochmal farben gehen. Ja, wir haben noch Flints, also wir haben noch eigentlich... Da mit Grappling nochmal hoch. Also wir haben noch einiges da, so... Also man muss halt nur mal aufgeben. Haben wir noch genug Charcoal? Ich mach grad Charcoal-200-Spark-Powder und das ist halt dann auch alles super-Gun-Powder. Wir hatten den meisten Movement-Speed von uns. Ich hab 140. Ich hab 130. Die, die 140 haben, vielleicht mal den ganzen Loot, den sie haben, irgendwo in der Küste pangen, also am besten an die Station, neben dem Tor und dann nur mit Grapplings rausrennen und die weggrappen. Naja, Grappling, naja, keine Ahnung. Ja, warum? Ich bin jetzt nicht so der Boss mit halt. Also egal, kostet halt nichts, wenn ihr sterbt. Ja, aber kostet schon einen neuen Metall, ne? Ach, nix, der Boss ist jetzt wieder da. Ja, wo geht's überhaupt? Ja, die stehen mit vier Rockgolems vor unserer Tür. Naja, sonst nix. Ganz nervig? Vier. Jaja, die ganz Nervigen. Alter Phönix. Ach, Mann, Phönix, ne? Lassen wir die eben wegmachen. Wie haben die denn vier bekommen? Ja, ich weiß es auch nicht. Also, er hat ja zumindest Phönix gecallt. Ich habe aber gerade auch drei oder ich glaube, ich habe sogar auch vier gesehen. Ich habe nur leider das Level nicht gesehen. Die spawnen relativ häufig auf der Mitte. Ja, klar. Die spawnen überall. Herr Kodex, wie bist du denn gerade reingekommen? Ich habe dich gar nicht gehört. Spektater halt. Ich beobachte dich, ohne dass du es merkst. Hör dir nicht so weit da vorne rum eiern. Please. Die sind wieder weg. Die sind wieder weg. Vielleicht holen die ja echt die Rockgolems. Ja, die haben die schon geholt. Die stehen schon irgendwo bei uns in der Nähe. Das Ding ist halt nur jetzt mal ernsthaft. Also, ich weiß ja nicht, wie heftig die Leute bei denen gefarmt haben. Aber nachdem sie jetzt so spielen, wie sie jetzt spielen und vorher so gespielt haben, wie sie vorher gespielt haben, glaube ich, haben die schon einiges verloren. Wie viel Raketenwerfer kosten und erhöhten, meinte? Äh, ne, erhöht sind sie nicht. Rechts unten Damage zahlen ganz viele rote, ganz viele rote Damage zahlen. Rechts unten? Ja, dann wollen wir das Polyhaus mitrechnen, weil du kriegst halt die Rock-Elementars hoch. Das ist ein Rock-Elementars, Leute. Jeder ein Raketenwerfer, weil ich noch keinen hat und drei Schuss, wenn es geht. Aber ich denke mal, mit den Torwildschuss kann man die ganz gut wegkriegen. Ja, die Resistenz ist halt trotzdem, Leute, die haben... Ja, bam, Alter. Aber so viel, so viel, ultra viel Golems sind auch nicht aus. Es kommt ein Thüler hoch. Ach, Leute, jetzt tun die da rein, nicht in der Typ, oder? Ich glaube, die suchen noch den Weg. Die zerstören halt die ganzen Dings da unten. Die tun gerade die Basen da unten. Da ist doch nichts. Könnten auch die Stein-Foundations da zerstören gerade, ne? Und dann was da hinsetzen. Ja, toll, die an Rock-Elementars sind 25, 37. Wow. Nochmal 25... Das hat fast kein Leben. Ja, 68, 37, 25, 25. Deren Rock-Elementars sind doch Mist, Alter. Deren High-Level ist nicht dabei, ne? Deren High-Level, ich verzeihe, haben die daheim gelassen. Hier vorne ist ein Spieler hinter dem Stein. Ja, also jetzt mal ohne Mist, ne? Ich glaube mittlerweile schon, dass unsere Turrets die wegkriegen können. Also wenn die mehr als 20k live haben, dann kriege ich einen kleinen Anfall. Ja, das ist halt die Menge, die die haben. Der Level 1 Getameter hat 3000 Leben. Okay, ja, dann haben die vielleicht 5000. Naja, gut, die sind dann vielleicht gelevelt, ne? Die kriegen ja mehr, aber... Ich kann wieder nicht snipen. Ich sage, ein Golem hat sogar meinen Namen. Äh, nicht nur einer. Phoenix, wo rennst du denn schon? Die heißen alle irgendwann mit Codex. Ja? Ich werde geliebt. Ich bin in der Basen, repariere meine Rützung. Irgendwer ist okay. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.